Harry Potter Kurz nachdem Dobby verschwunden war, kam Harrys bester Freund, Ron Weasley und seine Brüder Fred und George in einem Fort Anglia angeflogen, um Harry zu befreien. Sie nahmen ihn mit zu sich nach Hause in den Fuchsbau, wo Harry den Rest des Sommers verbrachte, bevor er mit Flohpulver in die Winkelgasse reiste. Harry traf sich mit Rons Schwester Ginny und ging mit ihr zu Flourish und Blotts, wo der berühmte Buchautor Gilderoy Lockhart sein neuestes Buch signierte. Heiliges Kanonenrohr ist das? Nein, sicher nicht! Er ist es! Das ist Harry Potter! Meine Damen und Herren, dies ist genau der richtige Augenblick für eine wichtige Ankündigung. Mit ausgesprochenem Vergnügen kann ich ankündigen, dass ich die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antreten werde. Wette, das hat dir gefallen, Potter! Der berühmte Harry Potter kann nicht mal in eine Buchhandlung gehen, ohne auf die Titelseite der Zeitung zu kommen. Lass ihn in Frieden! Er hat das alles gar nicht gewollt! Potter, du hast ja ne Freundin! Ich vermute mal, deine Eltern werden einen Monat lang hungern müssen, um die ganzen Bücher für Hogwarts bezahlen zu können. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Armen und Bedürftigen zu helfen. Harry, wir haben den Zug verpasst! Der Hogwarts-Express ist vor fünf Minuten abgefahren! Oh nein! Was sollen wir nur tun? Nun, Dad ist heute Morgen mit dem Fort Anglia zur Arbeit geflogen. Er steht in der Charing Cross Road! Okay, nur so können wir noch pünktlich zur Schule kommen. Als sie sicher waren, dass sie niemand beobachtete, flogen Ron und Harry im Fort Anglia davon. Jetzt müssen wir nur noch auf Flugzeuge aufpassen. Hahaha! Ich kann überhaupt nichts sehen! Das war knapp! Wir sind sicher bald da! Ich glaube, das Auto gibt den Geist auf! Na komm schon, Auto! Na los, weiter! Stopp! Halt! Ron! Ron, wo bist du? Hier bin ich, Harry! Die peitschende Weide hat mich im Griff! Mach dir keine Sorgen, Ron! Ich komme rüber und befreie dich! Halt durch! Mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, Harry! So sieht's voll aus! Aber bevor ich hier jetzt weitermache, muss ich erst einmal ganz kurz den Sound leise stellen. Das geht immer gar nicht hier. Das ist, äh... Definitiv etwas zu laut. Oh, nein. So. Ah, ich hoffe, das geht besser. Ja, dann würde ich sagen, heyho zusammen und herzlich willkommen zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Jetzt darf ich es auch endlich sagen, weil jetzt stimmt es nämlich auch. Wir sind im zweiten Teil angekommen und ich muss noch gucken, wie ich das mit dem Intro hinbekomme, weil beim letzten Mal das Intro, da hat Fraps leider das Bild nicht mit aufgenommen. Und deshalb, ähm, muss ich gucken, wie ich das mit der Intro-Aufnahme jetzt noch hinbekomme. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hier vorgeschnitten. Wenn das Intro da war, wisst ihr, dass ich es geschafft habe. Aber, ja, ich habe die Grafikoption ein kleines bisschen hochgeschraubt, äh, sieht aber trotzdem immer noch relativ, naja, aus, ne? Was ist ja auch, wie gesagt, ein altes Spiel. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mal damit, Ron zu befreien. Der arme Kerl, der da oben mitten in der peitschende Weide sitzt. So, oh, Autsch. Los, lass mich da durch. Ah, schnell! So. Ja. Ja. Aber klar doch. Oh, diesen Sprecher. Mega genial. Ich liebe diese Sprecher einfach. Ja, das kennen wir natürlich von dem alten Teil auch noch, die hüpfenden Brunnen. Wenn ich über niedrige Mauern klettern möchte, brauche ich nur gegen sie zu laufen. Ja, hier klettert er wenigstens ein kleines bisschen schneller. Oh, könnt ihr diesen Wasserspeier als Ziel verwenden, um Lumos zu aktivieren? Und hier muss ich nicht alle Zauber extra lernen, weil, ich denke mal, sämtliche Zauber, die ich im ersten Teil schon gelernt habe, kann ich jetzt natürlich schon. Dies ist ein Speicherbuch. Geh durch es hindurch, um deinen aktuellen Spielstand zu speichern. Wenn du ohnmächtig wirst, spielst du automatisch an der Stelle weiter, an der du zuletzt ein Speicherbuch berührt hast. Wenn du ohnmächtig wirst, natürlich. Flipendo! Ja, wie gesagt, Flipendo und den ganzen Sachen kann ich jetzt natürlich schon, weil ich sie ja im ersten Teil gelernt habe, ne? So, wow, die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen hoch, daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich wette, mit Flipendo kann ich das Gepäck bis an die Kante schieben. Flipendo! 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 Hat geklappt. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja. Ähm. Ich habe es bisher leider noch nicht geschafft, die Pottermore-Seite wirklich so richtig... Der Ast windet sich um mich wie eine Schlange! Ich habe es bisher leider noch nicht geschafft, die... Waaah! Autsch, das habe ich mir getan. Die Pottermore-Seite richtig vorzustellen, weil ich das mit der Aufnahme nicht so ganz hinbekomme. Ich habe zwar... Ähm... Ein Schokofrosch. Schokofrosche geben dir neue Kraft. Außerdem schmecken sie köstlich. Hahaha. Ja, das Problem hier ist nur, dass die Schokofrosch wegkommt. Ähm... Ich habe leider das Problem... Aluhomora! Mit Aluhomora kannst du mit Magie verschlossene Dinge wie Truhen und Türen öffnen. Schön, dass ihr mir das erklärt wärend, da von der Peitsche eine Weide da penetriert wird. Ähm... Gerade der Ton, finde ich, ist bei Pottermore so... Wirklich so wunderschön. Und das möchte ich nicht außen vor lassen. Das wäre wirklich schade. Ähm... Dann hätte ich irgendwie das Gefühl, dass ich die Seite nicht richtig... Prima, Harry! Versuch mal, ob du Flipendo auf diesen Ast anwenden kannst, um mich zu befreien. Ich glaube, da hinten ist was zum Verzaubern. Ja, sieht so aus. Flipendo! Danke, Harry. Das war sehr nett von dir. Ja, kein Problem. Dafür sind Freunde doch da. Oh nein! Nein, das Auto! Komm zurück! Super! Mein Vater wird sich nicht gerade darüber freuen, dass sein fliegendes Auto weg ist. Wir sollten uns besser beeilen. Es wäre nicht gut, wenn Professor Snape uns hier noch so spät erwischen würde. Das allerdings glaube ich auch. Und ich glaube, nicht nur Snape wäre ohne Freude. Mit Lumos kannst du nicht nur Licht ins Dunkel bringen, sondern auch mit Magie versteckte Gegenstände enthüllen. Aha. Oh, ich mag dieses Gebrüll von diesen Wasserspeiern irgendwie voll gerne. Cool finde ich auch, dass bei dem Spiel hier dann jetzt, ähm, dieser Schein von Lumos... Lauf einfach auf einen Vorsprung zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Alles klar. Versuch, alle Bohnen auf den Vorsprung einzusammeln, Harry! Dieser Schein um den Zauberstab wird immer kleiner und wenn er ganz weg ist, ist der Lumos zaubert auch weg. Ich sollte so viele wie möglich davon sammeln. Ich kann sie später sicher noch gebrauchen. Glaube ich auch. Mit Flipendo kannst du diesen Steinblock nach vorne schieben. Steig dann hinauf, um auf den Vorsprung zu springen. Flipendo! Zack. Und zack. Jawohl. Okay. Baa. Das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Ja. Im ersten Teil was zu erklären ist noch ein bisschen schwierig, finde ich. Ich muss auch gucken, ähm... Ich glaube, ich werde den Part nur 10 Minuten lang machen, auch wegen dem Intro, weil das ja auch noch mit dazu gerechnet werden muss. Dies ist eine bronzefarbene Bildkarte. Insgesamt sind 50 dieser Karten in ganz Hogwarts verschreut. Immer, wenn du 10 Bronzekarten eingesammelt hast, füllt sich deine Kraft auf. Drücke auf die Escape-Taste, um auf dein Folio Magi zuzugreifen. Und dir die bisher gesammelten Bildkarten anzusehen. Ja, das Übliche. Auch in diesem Spiel gibt es wieder das Folio Magi. Ich kann euch allgemein mal so ein bisschen zeigen, ähm, was es hier in diesem Menü-Bildschirm so alles zu finden gibt. Also hier wie immer meine Boden. Ähm, ja, Geheimnisse. Eins von zwei, keine Ahnung. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was das bedeuten soll. Hier haben wir auch eine Karte. Das hier sind halt die Ländereien. Hier ist die peitschende Weide, wo wir gerade sind. Hagrid's Hütte, das Quidditch-Feld. Ähm, hier sind noch, äh, Kräuterkunde, die Findo-Herausforderungen. Und hier geht's halt nach Hogwarts rein. Ähm, das Quidditch-Menü. Hier kann man, äh, die verschiedenen Spiele halt, glaub ich, mehrfach sogar spielen. Und, ähm, nur Herausforderungen. Hm, naja. Wird sich mit Sicherheit später noch erklären. Hier das hier. Ist der Mega-Power-Trank, den man später bei Snape lernt. Dafür kann man überall auf den Ländereien die Zutaten zusammensammeln. Und kann sich dann eigene Mega-Power-Tränke zusammenbrauen. Zauber-Duelle kann man später auch machen. Hier finden sich wie immer die Hauspunkte. Hier sind die Einstellungen. Sound und Grafik. Und hier finden sich halt die Bildkarten. Ich finde die Grafik hier von den Bildkarten schon mal viel, viel genialer als in den ersten Teilen. Hier haben wir Hespostarki. 1881 bis 1973. Hexe, die erforschte, wie sich die Mondphasen auf die Herstellung von Tränken auswirken. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant. So, wie gesagt. 50 von diesen Bildkarten gibt es. Dann gibt es noch einmal 40 silberne Bildkarten. Die auch noch überall vertreut sind. Und es gibt noch mal 11 goldene Bildkarten. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, wo und wie ich die alle finden soll. Einfach weil es so umfangreich ist, dieses Spiel. Und ich mit Sicherheit nicht alle Geheimnisse erforscht habe. Genauso wie im ersten Teil. Das Problem mit dem ersten Teil war ja leider, dass ich, also dass das Spiel danach leider einfach vorbei war. Und ich es nicht weiter spielen konnte. Das habe ich leider nicht gewusst. Deshalb war es für mich halt nicht mehr möglich, im Nachhinein noch Bildkarten einzusammeln. Deswegen muss ich gucken, dass ich das vielleicht im Nachhinein noch mal hinkriege und das Spiel einfach nochmal quasi bis zu dem Punkt spiele. Und ich wollte überlegen, ob ich eventuell... Es kommt bestimmt noch mal in die Sequenz. Wartet, ich erkläre euch das gleich. Es hat aufgehört zu regnen. Na, wenigstens sind wir trocken, wenn wir von der Schule verwiesen werden. Los, wir machen uns besser auf den Weg zur Schule. Ja, besser ist das. Ich wollte eventuell ein Video machen, wo ich im ersten Teil alle Fundorte von Bildkarten einmal gesammelt zeige. Sieh nur, all die Sterne. Oh, wunderschön. Also wie gesagt, wo ich alle Fundorte von Bildkarten einmal aufzeige und demnach vielleicht auch dann anderen helfen kann, alle Bildkarten zu finden. Boah, die hüpfen immer so durch die Gegend, ey. Das Problem ist nur, dazu muss ich natürlich auch alle Bildkarten finden. Das ist dann natürlich eine Voraussetzung dafür. Schade, geht nur zweimal. Aber das wäre so eine Idee, was ich noch an dem ersten Teil an Video machen könnte. Da hinten ist noch eine Truhe, die werde ich aber später holen. Jetzt gehen wir erst mal rein. Zum Gryffindor-Schlafsaal geht es rechts herum. Erinnerst du dich? Ja. So, ich würde sagen, dann mache ich hier aber auch einmal kurz Schluss. Ich bin nämlich ziemlich genau bei 10 Minuten. Und dadurch, dass ja das Intro noch davor kommt, werde ich jetzt ungefähr bei 15 bis 20, zwischen 15 und 20 Minuten sein. Und gehe ich mir schon aus. Wie gesagt, der erste Teil hat mich ein bisschen von Herausforderung gestellt, wegen diesem Intro und wegen dieser Intro-Sache. Ich hoffe, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie ihr seht, in dem zweiten Teil ist die Grafik schon ein kleines bisschen besser. Ich freue mich sehr, sehr darauf, diesen Teil der Harry-Potter-Spiele zu erforschen, mit euch gemeinsam. Und hoffe, dass ihr mir weiterhin treu bleiben werdet hier. Auch in diesem Spiel, beim Erforschen unserer Kindheit und bei den nostalgischen Erinnerungen, in denen wir schwelgen können. Jedenfalls vielen, vielen Dank, dass ihr euch den Part hier angeschaut habt. Und es wird auf jeden Fall noch weitergehen und ich hoffe, ich werde nicht wieder vor etwaige Probleme gestellt, wie kein Ton in den Videos oder Piepstöne in den Videos oder ähnliches. Ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Dann fangen wir an, den Schlafsaal zu erkunden und vielleicht auch schon mit dem ersten Unterricht, wer weiß. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich dieses Video zum ersten Teil machen wollte. Bei dem hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das machen könnte, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich alle Fundorte finden würde. Ich habe es im zweiten Teil noch nicht geschafft, alle Bildkarten zu finden. Ich hoffe, dass ich dieses Mal, wenn ich das mit euch durchgehe, dass ich da ein bisschen mehr finde. Das ist auch noch eine Ruhe, fährt mir gerade auf. Vielleicht könnt ihr mir ja in den Kommentaren auch ein bisschen helfen, wenn ihr das Spiel kennt und euch da schon ein bisschen auskennt, dass ihr mir vielleicht ein bisschen weiterhelfet und ein bisschen sagt, wo ich auf was achten muss. Und es wäre mir auf jeden Fall eine sehr große Freude, wenn ihr mich hier hingehen ein bisschen unterstützen würdet. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auch in die Videobeschreibung, da sind wie immer wichtige Links drin. Und ja, eine Bewertung wäre auch nett. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, dann könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.